Hallo zusammen, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir einen grossen Schneesturm hier. Wir mussten sogar das Spiel absagen, weil der Bus nicht fahren konnte. Ich habe zum Glück einen 4x4 und darum konnten wir noch in unserem Stadion den Motorgross schauen. Ich muss sagen, es ist ein guter Klopf. Er hat mich heil nach Hause gebracht. Und ich kann dann sehen, dort wo wir eigentlich spielen, ist jetzt ein bisschen Dreck. Und mal schauen, vielleicht gehen wir jetzt noch einen Schneemagen bauen. Das ist Marty's Diary. Das ist die Hockey Week. Every Wednesday at 7pm on SportalHD.com. Das ist die Hockey Week. Das ist die Hockey Week. Das ist die Hockey Week. Und am Guten Christ. Das sind die Hockey Weekend.